Es wird in Englisch gehalten und ihr werdet hier unsere wunderschöne Übersetzung hören. Es geht um 3D-Programmierung, insbesondere bei Raspberry Pis und Falkert wird es uns vorstellen. Er mag diese Sachen zu tun, also 3D-Programmierung insbesondere in der Nebenzeit, weil er denkt, dass seine normale Arbeit ein bisschen langweilig ist, also großen Applaus für Volkert. Hallo! Vielen Dank für die Einleitung, ich bin ein Systemarchitekt, also es ist nicht immer langweilig, aber es ist schon ziemlich unterschiedlich, wenn man 3D-Programmierung macht. Also wenn ich die ganzen abstrakten Cloud-Sachen mag, dann ist es viel Spaß, eine Programmierung so nah an der Hardware zu machen. Und in den letzten Monaten habe ich hauptsächlich mit Raspberry Pis rumgespielt und geschaut, was man da mit OpenGL machen kann, OpenGL ES. Und im Idealfall wisst ihr nach dem Vortrag, was ihr machen müsst, wenn ihr OpenGL 3D-Software schreiben wollt. Also dieser Vortrag geht über OpenGL ES-Programmierung, wir reden über 3 Sachen. Wir reden zuallererst über OpenGL ES, wie die Rendering-Pipeline funktioniert, die Shader. Dann wird es ein bisschen Mathematik, ein bisschen lineare Eigebrallen, ein kleines bisschen und dann zu dritt. Und zu der letzten gibt es ein Beispielprogramm, das... Also der Plan ist das Logo des Chaos Communication Comps, der sich einfach dreht. Und aus unterschiedlichen Gründen hat das jetzt noch nicht so wirklich funktioniert. Das heißt, ihr werdet keine schönen Animationen sehen, aber wenn ihr später in den nächsten paar Tagen nachschaut, dann bin ich ziemlich sicher, dass das funktionieren wird. Und es sollte euch eine gute Einleitung in das ganze Konzept geben. Ich werde die Folien auf meine Webseite stellen und die werden auch unter media.ccc.de verfügbar feststellen. Nicht in diesem Vortrag. OpenGL ist eine sehr komplexe Technologie, es sind viele unterschiedliche Dinge, viele Sachen. Wir haben einfach keine Zeit für 45 Minuten. Also wenn euch irgendwas fehlt, fragt mich später. Let's get started. Lasst uns anfangen. OpenGL ES. Eine kurze Einführung. Wir fangen damit an. OpenGL. Open Graphisch Sprache. Es ist eine API, die 2D und 3D Computergrafiken erstellt. In den 1990ern von Silicon Graphics entwickelt. Heutzutage ist es ein offener Standard. Aktuell von der Chronos Group und es wird überall benutzt. Computer-Aided Design, Visualisierung, Bildschirm, Kompositoren bei macOS-Geräten, Kunst, Spiele, Virtual Reality, Augmented Reality. Das ist ganz alles OpenGL. Es sind viele Obstraktionsschichten dazwischen Unity 3D zum Beispiel und andere Programme. Im Endeffekt ist es in der Regel OpenGL irgendwo da unten. OpenGL ES ist OpenGL für Embedded Systems. Es ist ein aktuellerer Standard. Die Implementationen für NVIDIA und AMD, die das in GPUs einbauen. OpenGL ES ist verfügbar in allen großen Betriebssystemen und es gibt Bindings für die meisten Sprachen. C++, Java, sogar Python und Ruby und tendenziell möchten wir eine kompilierte Sprache benutzen, um einfach um die Geschwindigkeit hinzukriegen. Ich mag Go, weil es genauso schnell ist wie OSC bei der Syntax lesbarer ist. So, die aktuelle Version ist OpenGL ES 3.2, aber Stretch hat nur OpenGL ES 2.0. Alle wichtigen Komponenten sind gut, also es ist ausreichend. Dann gibt es eine weitere Sache, das ist EGL, Native Platform Interface. Das braucht man, um der Umgebung, dem Betriebssystem zu sagen, dass wir eine OpenGL Umgebung haben möchten. Das heißt, bevor wir OpenGL ausführen können, brauchen wir einen OpenGL Kontext. Der funktioniert sehr unterschiedlich, ob man in Linux ist, im Fullscreen oder in einem Fenster, ob es in einem Phone oder irgendwo sonst wo ist. Und in der Regel heißt es EGL, aber für unterschiedliche Plattformen gibt es unterschiedliche Libraries, WGL, CGL, Mesa, das ist eine Ob-Source-Implementation, GLX. Wenn man ein Programm für seine Plattform haben möchte, muss man ein entsprechendes Interface benutzen, dass die OpenGL einfach ausführt und es ist plattformspezifisch. Wenn man erstmal den Kontext hat, dann sind die unterschiedlichen Plattformen relativ kompatibel. Das ist der Vorteil von OpenGL, dass da einfach eine Abstraktionsschicht ist. Also, ganz kurz, OpenGL ist ein Raster-Rasterizer. Das bedeutet, das Ziel ist, eine virtuelle Szene zu beschreiben. Eine virtuelle Szene hat Geometrie, also zum Beispiel Pyramiden und Würfel. Und wenn man einen Hasen haben möchte, muss man den Hasen beschreiben als Dreiecke. Und jeder dieser Geometrien wird auch irgendeine Farbe oder ein Material haben. Die Geometrie wird als Dreiecke dargestellt und die Dreiecke werden als Vertices dargestellt. Also, in diesem Beispiel dieser Würfel können wir mit seinen acht Punkten beschreiben und die Kanten beschreiben die Oberfläche des Würfels. Auf der rechten Seite, wenn wir ein schönes Logo haben wollen, dann ist das eine Texture. Das sind Bitmaps, zum Beispiel PNG. Der Rasterizer funktioniert so, dass wir unsere Geometrie definieren in Koordinaten. Das ist alles Code in der GPU, im dreidimensionalen Raum. Der Rasterizer nimmt ja diese ganze Geometrie und projiziert das auf eine Projektionsschicht, einer zweidimensionalen Schicht. Zum Beispiel unser Bildschirm. Und danach wird zweidimensional in die zweidimensionalen Fragmenten. Und die Vertices heißen Fragmente, wenn sie projiziert wurden. Und dort werden dann Farben oder Bilder darauf angezeigt. Es gibt diese drei Schritte. Geometrie im dreidimensionalen Raum. Das wird projiziert auf eine zweidimensionale Oberfläche. Für jedes der Dreiecke auf dieser flachen Oberfläche schauen wir uns an, wie sie eingefärbt werden sollen. Wenn wir jetzt ein Dreieck haben mit drei Färben, dann wird der Rasterizer die Werte zwischen diesen Farben anpassen, sodass jeder Pixel auf dem Bildschirm die richtige Farbe hat. Das ist eine sehr hochschichtige Definition von diesem Rasterizer. Jetzt lass uns mal anschauen, wie das bei OpenGL funktioniert. Links ist das OpenGL Programm. Das ist das C++ oder Go Programm. Und das läuft auf der CPU. Und auf der rechten Seite ist die GPU, also die Grafikkarte, die viel schneller ist. Und da haben wir zwei Sachen, die laufen. Den Code, den wir selber geschrieben haben. Den Vertex Shader und den Fragment Shader. Der in einer speziellen OpenGL Sprache beschrieben wurde. Diese Projektion und das Aufführen der Texturen machen. Das OpenGL Programm wird die Daten in den Vertex Speicher speichern. Man setzt eine Bitmaps hoch in den Texturen speicher. Das wollen wir so wenig wie möglich machen, weil die Brücke zwischen der CPU und GPU langsam und teuer ist. Aber wenn es auf der GPU ist, dann können die Vertex Shader und die Frequent Shader darauf zugreifen. Also das OpenGL Programm wählt die Vertices hoch und definiert sie. Und dann, wenn wir eine Szene berechnen, ist der Vertex Shader dafür auftragt, alles rumzuschieben, skalieren und im Endeffekt zu projizieren. Dann wird es in die Resterizer Schicht geschoben, der die Projektionen durchführt, welche dieser Vertices wo landen. Ein paar Vertices weggeschmissen und so weiter. Es gibt viele Regeln, aber im Endeffekt kriegen wir viele Fragmente, die in den Fragment Shader weitergeleitet werden. Und der Fragment Shader nimmt diese Werte und die Texturen und schreibt dann Farbwerte in die Fragment Pipeline rein. Und im Endeffekt das, was wir anzeigen wollen, ist im Frame Buffer und wird auf dem Bildschirm angezeigt. Und wir können sehen, was passiert ist oder was wir erreicht haben. So viel über die Architektur. Lass uns ein bisschen über die Shader Sprache reden, wie die Fragmente und Vertex Shader ist. Das ist eine eigene Sprache, es ist ein bisschen C ähnlich. Es hat nur sehr einfache Features, es sind halt beintegrierte Vektortypen und Matrixtypen. Wir werden da später drüber reden, ein bisschen detaillierter. Aber wir haben Typen für zwei- und drei- und vierdimensionale Vektoren und Matrizen. Und wir haben auch eine Reihe von matinalen Funktionen, wie Triometisch, Sinus, Cosinus, Quadrian, Logarithmus und Vektorfunktionen. Wir haben keine Rekursion, wir können Funktionen machen, wir können uns aber selber nicht aufrufen und wir haben nur limitierte Funktionen für Loops. Wir können sie haben, aber wir müssen beim Kompilieren wissen, wie häufig sie ausgeführt werden. In der Rendering Pipeline ist der Platz relativ gering und die GPU muss wissen, wie lange es dauert, um alles richtig einzurichten. Wir gucken uns kurz an, wie die Vertex-Shader und die Fragment-Shader im Detail arbeiten, weil das der Kern dessen ist, die interessanten Dinge, die in OpenGL in den Shadern passieren und welche Eingaben und Ausgaben diese Shader haben. Wir starten mit dem Vertex-Shader. Der Vertex-Shader läuft einmal für jeden Vertex, der die Geometrie beschreibt. Also wenn man ein Dreieck hat, dann läuft er dreimal, einmal für jeden Punkt. Und wenn man halt einen Wirbel hat, dann läuft er entsprechend häufiger. Und je mehr Vertex sitzt man in der Szene hat, desto häufiger läuft der Vertex-Shader. Und jeder Vertex wird von diesem Shader verarbeitet. Die wichtigsten Eingabedaten sind die Vertex-Attribute. Die können für jeden Vertex anders sein. Die kann man selbst beschreiben. Typischerweise ist es die Position. Sehr häufig ist eine Texturkoordinate mit dem Vertex verbunden und häufig auch eine Farbe, die mit dem Vertex verbunden ist. Oder was immer man braucht, das ist komplett unter der Kontrolle des Programmierers. Da kann man beliebige Vertex-Attribute definieren. Dann gibt es globale Parameter. Die sind für jeden Vertex-Shader des Prozesses gleich. Die heißen Uniforms und das ist zum Beispiel die Projektionsmatrix, in der beschrieben ist, genau aus welcher Richtung man auf die Szene guckt und wie es auf die Projektionsfläche abgebildet wird. Der Vertex-Shader ist dafür zuständig, dass er alle Daten, die der Fragment-Shader brauchen wird, später auch an den anderen Shader weitergegeben hat. Das sind also Variablen und die muss man dann explizit an den Fragment-Shader übergeben. Und die wichtigste Aufgabe des Vertex-Shaders ist natürlich, die endgültige Position jedes Vertex festzulegen, an der er abgebildet wird. Und das wird halt gemacht, wenn man diese GL-Position-Variable setzt. Typischerweise multipliziert man die Position mit einer Matrix, die die endgültige Position in der Szene beschreibt. Dann gehen wir weiter mit dem Fragment-Shader. Der läuft für jedes Fragment, das dargestellt wird. Jeder Vertex, der projiziert wird, wird ein Fragment und der Fragment-Shader läuft für jeden dieser Fragmente und legt zum Beispiel die Farbe von jedem dieser Fragmente fest. Wir haben wieder pro Vertex den Input. Wir eingaben, das sind die Werte, die der Vertex-Shader in den Variablen an den Fragment-Shader weitergeben muss. Hier haben wir die Texturkoordinate und die Farbattribute, die der Vertex-Shader weitergegeben hat. Und das Wichtigste, um zu den Texturdaten zu kommen, typischerweise, wenn man ein Fragment kolorieren will, dann nimmt man irgendeine Bitmap und man guckt dann eine Sampler2D-Variable hier in die Textur. Und die wichtigste Aufgabe ist dann halt, die endgültige Frage, Farbe eines jeden Fragments festzulegen, indem man diese GL-Frag-Color-spezielle Variable setzt. Das sind die Grundlagen. Ganz verwirrend im Moment, aber ich bin sicher, dass es klarer wird, wenn wir an die aktuelle Tatsache in den Code gucken. Aber vorher wird es ein bisschen komplizierter, wir müssen ein klein wenig Mathematik machen. Wir müssen das, was wir tun, mit linearer Algebra modellieren. Ja, linearer Algebra ist der Teil der Mathematik, den wir hier brauchen. Meiner Ansicht nach ist es einfacher, Algebra durchzulernen, indem man programmiert, als umgekehrt. Also es ist einfacher, wenn man einfach ein bisschen damit spielt. Wir beschreiben ein dreidimensionelles Objekt mit drei Koordinaten, x, y und z. Das heißt, wir haben drei Achsen. Dies ist ein rechthändiges Koordinatensystem. Man macht eine Brez. Dieses, der Daumen ist der x-Achse, zeigt nach rechts, ist die x-Achse, der Zeigefinger ist die y-Achse, zeigt nach oben. Und der Mittelfindinger zeigt auf einen selbst, ist die z-Achse. Das heißt, ebenso gibt es auch linkshändige Koordinaten, die arbeiten halt entsprechend anders. Aber das ist einfach zu erinnern, indem man sich die Hand vorstellt. Wir haben zwei grundlegende Konstrukte, Vektoren und Matrizen. Vektoren beschreiben Koordinaten und Matrizen beschreiben Transformationen. Wir gehen hier nicht zu viel in die Details. Ich will nur kurz zeigen, was ihr wissen müsst, um hier dann selbst weiter studieren zu können. Vektoren beschreiben Positionen im Raum. Dreidimensional x, y, z. Zweidimensional x und y, zum Beispiel eine Texturkoordinate auf einer Oberfläche. Die können aber auch Farben sein, in diesem Fall Rot, Grün, Blau und Alpha. Dann gibt es Vektor-Operationen, das gibt die skalare Multiplikation oder das Produkt, Skalarprodukt, ja. Wenn man den Vektor mit sich selbst multipliziert, bekommt man die Länge des Vektors. Wenn man die bei zwei Vektoren miteinander multipliziert, dann kriegt man den Kosinus zwischen den beiden. Das ist auch eine sehr wichtige Sache. Die andere ist die Vektor-Multiplikation oder Kreuzprodukt. Wenn man zwei Vektoren multipliziert, kriegt man einen Dritten, der orthogonal auf den anderen beiden steht. Also wenn man den x- und den y-Vektor miteinander in ein Kreuzprodukt bildet, kriegt man halt den z-Vektor, der senkrecht auf beiden steht. Soviel für die Vektoren. Also jetzt Matrizen. Matrizen beschreiben Transformationen im Raum, im dreidimensionalen Raum. Wir haben vier mal vier Zellen, also 16 Zellen. Glücklicherweise muss man Matrizen nicht im Detail verstehen, denn OpenGL hat einen ganzen Haufen Hilfsfunktionen, die einem die entsprechenden Matrizen erzeugen. Man hat zum Beispiel Verschiebungsmatrizen, die einen Vektor in irgendeine Richtung verschieben. Man kann einen Vektor um einen anderen Vektor drehen, um einen bestimmten Winkel, um eine Rotationsmatrix. Und wir können etwas skalieren, man kann das weiter oder höher oder alles zusammen machen. Dann gibt es auch die Projektionsmatrix, die einen Vektor aus dem dreidimensionalen Raum in den zweidimensionalen Raum bringt. Das heißt, er ist eine Perspektiv-Projektionsmatrix, also eine Fluchtpunktperspektive. Das heißt im Wesentlichen, dass Dinge, die kürzer sind, dichter sind, größer erscheinen, als welche, die weiter weg sind. Im Wesentlichen ist es eine Matrix, die einen Vektor zweidimensional macht. Für Matrizen haben wir zwei Operationen, die wichtig sind. Die Multiplikation an einem Vektor. Das bedeutet, dass die Operation der Matrix auf den Vektor angewendet wird. Und man kann Matrizen miteinander multiplizieren. Das verkettet im Wesentlichen die Operationen, die man mit den Matrizen machen kann. Und wenn man halt die gleiche Konferenz mehrfach hat, dann muss man die Matrizen nur einmal machen. Das ist die Übersicht über die Algebra. Lass uns an den Code gucken. Jetzt werden wir uns unsere Datei hellocamp.go anschauen. Das Ziel ist, das Chaos Communication Camp Logo zu rendern auf einem Bildschirm in der Mitte des Bildschirms und ein bisschen um sich selber zu rotieren. Wir wollen die Farben spezifizieren und dann die richtige Form aus einer Textur herausladen. Der Beispielcode wieder. Ich kann es euch heute noch nicht vorspüren, aber es wird heute funktionieren. Das heißt, ihr könnt es euch von meiner Webseite herunterladen. Das sollte auf einem Raspberry Pi 3 funktionieren. In einem Raspbian Stretch quasi von der normalen Installation. Das heißt, wir benutzen unseren OpenGL-Programm. Das ist folgende Fluss, äh, Programmfluss. Wir müssen unseren OpenGL-Kontext konfigurieren. Darum benutzen wir EGL. Wir sagen der Maschine, wo sie ihre OpenGL-Sachen tun soll. Wie die Gibbung, in der der OpenGL-Code laufen soll, ist. Das ist ziemlich langweilig. Dann müssen wir die Szene initialisieren. Das hat mehrere Schritte. Wir müssen die Geometriedaten und die Veritricks-Daten hinzufügen. Wir müssen die Farben- und Texturdaten initialisieren. Wir müssen den Fragmentshader initialisieren. Wir werden zusammen gelinkt mit einem Shader-Programm. Und dann wollen wir in der Regel noch irgendeine Kamera initialisieren, wo wir schauen können, von wo aus wir auf die Szene schauen. Das werden wir uns später genauer anschauen. Und jetzt, wo die Szene initialisiert ist, schauen wir den Render-Loop an. Der updatet die Szene mit dem Benutzer-Input oder mit Zeit. Und dann redrawt die Szene-Ablauf und malt die Szene neut und neut ungefähr 60 Mal pro Sekunde. So, den OpenGL-Kontext konfigurieren, hängt davon ab, auf welcher Plattform man ist. Beim RASP-Py sieht es so aus. Create Context und wir können Fehler herausfinden, ob ein Fehler passiert ist. Wir können die Frage nach der Höhe und der Breite fragen. Dann sagt man, hey, das ist, wie es sein soll und wir starten das GL-Subsystem. Scene-Initialisierung ist, man muss auch die ganzen Sachen initialisieren, so wie vorgeschrieben. Wir sollten auch den Begin-Timer irgendwo speichern, dass wir die aktuelle Zeit haben. Und wenn wir uns das genauer anschauen, wie funktioniert die Initialisierung aus? Jeder initialisiert die Geometrie, die Vertex-Daten. Und die einfachste Art, wie wir das machen, ist, dass wir ein Sturges-Array von Float-Pointern erstellen, die als Vektoren gebasst werden können. Wir haben zwei Dreiecke, ein Dreieck mit den Vertices ABC und das nächste mit den Vertices ACD. Jede dieser Vertices ist in einer Zeile, in einer Variable und jeder hat mehrere Komponenten, die Position, XY und Z, die Position im Raum, die Textur-Koordinate, die dazugehört, also wo die Textur auf dieser Vertice gemappt werden soll und dann die Farbe Rot, Grün, Blau und Alpha, die zu dieser Ecke des Dreiecks gehört. Das ist in diesem Fall hart reingekodiert und dann sagen wir optimiell, dass es die laden soll, in den Vertex-Speicher laden soll. Und wir generieren einen Buffer, wir verbinden den Buffer, zeigen die Vertex-Daten, sagen, wie viele Daten wir haben und dann schauen wir, ob es Fehler gab. Als nächstes wollen wir die Texturdaten initialisieren, in diesem Fall das Chaos Communication Camp Logo. Zuerst laden wir die Daten von der Datei, die BNG, dann malen wir damit in den Bildern das RGBA im Bildobjekt, malen wir die Daten, die wir gerade erstellt haben, da rein, im RGBA-Format und nach den ersten vier Schritten haben wir die Textur-Variable und dann sagen wir OpenGL, dass er die Daten in den Textur-Speicher laden soll. Normalerweise macht man diese GL-Generation-Text da, dann Text-Image2D, die OpenGL erzählt, dass es die Daten nehmen soll und sie in die GPU-Textur-Speicher schreiben soll. Als nächstes initialisieren wir den Vertex-Shader, den können wir einfach behalten, in einem statischen String behalten, den können wir einfach rein kodieren. Dieser Vertex-Shader ist sehr einfach. Es nimmt eine Kameramatrix, um die Projektion zu definieren, um die Drehung zu machen. Es nimmt die Positionen und die Textur-Informationen und die Farben, die wir vorher definiert haben. Dann geben wir die Textur-Koordinate und so weiter und so weiter. Und dann sagen wir, wo die OpenGL-Position sein soll. Also drei-Zeilen-Shader. Und jetzt, wo wir diesen String haben, sagen wir OpenGL, lade und kompiliere diesen Shader. GL-Shader-Source, GL-Compile-Shader und dann schauen wir, ob es Fehler gab. Und danach ist der Vertex-Shader in einer kompilierten Version auf der GPU. Das ist mit dem Fragment-Shader. Ebenfalls relativ einfach, nehmen die Textur, die beiden Variablen vom Vertex-Shader, die Farbe- und die Textur-Koordinate. Und in dem Shader nehmen wir die Farbe an dieser spezifischen Stelle. Also wir nehmen Textur und Text-Koordinate, um die Farbe herauszufinden. Und dann definieren wir die GL-Fragmentfarbe. Aber das sind der RGBA, wie es dort in den Werten gespeichert wird. Aber wir nehmen die Alpha-Farbe von der Textur, die wir in den Textur-Speicher haben. Und dann machen wir wieder dasselbe. Dasselbe Code, GL-Create-Shader. Und am Ende die Fehlerabfrage. Jetzt haben wir unsere beiden Shader im Arbeitsspeicher. Jetzt wissen wir, dass wir zusammen linken können. Jetzt ist das Shader-Programm. Das sieht wieder sehr ähnlich aus. GL-Create-Programm, dann die beiden Shader. Und dann schauen wir doch bald nach Fehlern. Die Shader sind linked in memory, so die Variablen wissen voneinander. Und zuletzt müssen wir spezifizieren, wo die Vertex-Daten vorhanden sind. Und da müssen wir GL-Vertex-Etrex-Chip-Pointer, müssen diesen drei Blöcker, die ziemlich ähnlich sind, geben. Die Verablen und die Textur-Koordinate, die Vertex-Daten. Und dann sagen wir, hey, an dieser Stelle haben wir so und so viele Floats, die nacheinander folgen, die die entsprechenden Vertizist beschreiben. Danach ist das Programm im Arbeitsspeicher und fertig. Wir können laufen, jetzt müssen wir noch unsere Kamera definieren. Wir müssen unsere Projektionsmatrix erstellen, die können wir berechnen. Da ist es für die Breite. Okay, wir müssen die Höhe gegen die Breite definieren. Wir müssen einen Bereich schauen, den wir uns anschauen, 45 Grad. Dann erstellen wir da einfach alles. Wir haben eine nahe und ferne Projektionsfläche. Dann wollen wir definieren, wo im Raum unsere Kamera ist. Unsere Kamera soll ein bisschen unten sein, auf der Z-Achse, dass wir auf Null, auf den Punkt des Koordinatensystems schauen. Wir haben unsere Dreiecke direkt um den Nullpunkt definiert. Wir wollen ein bisschen Abstand darauf schauen. Und es gibt MGL.locateVector, der die Kamera sagt, wo sie hinschauen soll und den Vektor dann nach oben zeigt. Und jetzt, wo wir die Projektion und die View-Matrix haben, können wir sie zusammen multiplizieren zu einer einfachen Kameramatrix-Variable, die im Shader benutzt wird. Dann nehmen wir die Identity-Matrix, multiplizieren die Matrizen darauf und dann haben wir unsere Kamera initialisiert. Das ist der komplexe Zeug. Die Initialisierung ist in der Regel der beschreibendste Code. Wir müssen ihn nur einmal ausführen am Anfang unseres Codes. Jetzt, wo die Szene initialisiert ist, können wir den Render-Loop anfangen. Wie schon vorher gesagt, wir müssen unsere Szene updaten. Dann müssen wir sie neu zeichnen, updaten. Das ist relativ einfach. Wir wollen nur wissen, wie viel Zeit seit dem Beginn des Programmes erlaufen ist. Wir nehmen den aktuellen Zeitstempel und subtrahieren den Anfangszeitstempel davon. Generieren davon den Winkel, wie die Dreiecke rotiert werden sollten. Jetzt nehmen wir den Sinus von der abgelaufenen Zeit und multiplizieren das mit 45 Grad. Dann haben wir Werte zwischen 1 und minus 1, also 45 und minus 45 Grad Winkel. Mit diesem Winkel können wir eine Rotationsmatrix erstellen. Das ist MGL32.HomeGRotate3DY, nimmt einen Winkel und erstellt die Rotationsmatrix um die Y-Achse und dann haben wir die Rotationsmatrix und die können wir mit der Kamera multiplizieren, die wir vorher erstellt haben. und dann sagen wir OpenGL, hey, den Index des ersten Elements der Matrix als Pointer, die wir schon im Vertex Shader definiert haben und nachdem dieses Schritt geupdatet würde, ist da der richtige Wert, der berechnete Wert beschrieben. direkt aus der bisher abgelaufenen Zeit. Und jetzt, wo die Szene geupdatet wurde, müssen wir das neu zeichnen. Das ist wieder relativ einfach. Wir haben die ganze schwere Arbeit schon gemacht. Wir müssen den Bildschirm klären. Also alles, was bis jetzt da drauf ist, müssen wir einfach löschen. Wir müssen das Programm, das wir schon definiert haben, benutzen, welchen Buffer, zu dem sagen, welchen Buffer wir benutzt haben, benutzt, oder wir aufgebaut, eingerichtet haben. Und wenn jetzt das alles ist, dann, wenn es da ist, dann müssen wir einfach sagen, hey, mal die sechs Vertizes als Dreiecke, als zwei Dreiecke, zwei Dreiecke der A3-Vertizes. Dann schauen wir wieder, ob es Endfehler gab. So, jetzt sollte die Szene gezeigt werden. Das heißt, jetzt müssen wir wieder anfangen, einen Renderloop nochmal machen und das Ganze 60 Mal pro Sekunde. Normalerweise haben wir dann Sleep von einem 60. da drin. Es gibt bessere Methoden, schönere Frameworks zu bekommen, aber das ist einfach ein bisschen komplexer. Also, das ist der Loop den wir so häufig wie möglich machen. Mindestens mal so 60. Das ist jetzt das Ganze am Ende. Leider kann ich euch jetzt das echte Animation oder visuelle Zeichnung nicht zeigen, worüber ich die letzte halbe Stunde geredet habe. Tut mir leid, ich werde es zum Funktionieren bringen in den nächsten paar Tagen. Also, wenn ihr Interesse habt, geht sie zur URL, die ich euch vorher gezeigt habe, lade das Programm herunter und ihr könnt es euch in detailliert anschauen. Ich beinhalte den ganzen Code, den wir uns bis jetzt angeschaut haben. Und hier sind noch ein paar Ressourcen, sollten euch die interessieren, chronos.org, veröffentlicht, Referenz, mit Material, sind offener Standard, das heißt, ihr könnt die ganzen Sachen herunterladen, ohne euch zu registrieren. Der URL oben, es gibt Referenzkarten zum Programmieren, es gibt das Buch, es nennt OpenGL ES 2.0 Programmierguide, es ist relativ hilfreich, den Überblick über das Ganze zu haben und es gab das rote Buch, es war die Bibel, OpenGL Programmierung Guide, aber es ist ein bisschen veraltet inzwischen, aber es kann immer noch wert sein, zu lesen. Vielen Dank. Danke, Falkert. Haben wir irgendwelche Fragen? Hier gibt es Mikrofonengel, ein hier, ein da und der Signal Angel, den ich hier gerade nicht sehen kann, für Fragen, aber es gibt keine Fragen aus dem Internet. Oh, jetzt gibt es eine Frage. Hallo, danke für den Talk. Soweit ich das verstanden habe, wenn ich es, wenn du eine Szene verändern willst, dann änderst du die Transformationsmarke, dann berechnest du die Transformationsmatrix in deiner Programmiersprache und dann schickst du die Transformationsmatrix an die GPU und dann zeichnest du die Szene neu, indem du der GPU sagst, sie soll alle Pixel mit der ... Ja, das ist korrekt. Ja, du kannst auch einfach die Zeit in den Vertex-Shader übertragen und dann die gleichen Berechnungen auf der Karte machen oder du kannst den Winkel in den Shader schicken und dann die entsprechenden Berechnungen auf dem Shader machen. Es hängt davon ab, was das teuerste ist. Das gibt es, da muss man entscheiden, was das beste ist, aber am Ende kannst du es so machen, wie es in deinem Fall einfacher ist, was einfacher auf der CPU ist, was einfacher im Shader zu machen ist. Also ich könnte nur den neuen Winkel an die GPU schicken und ja klar, du kannst die Start-Time und die aktuelle zahlen oder du berechnest den Winkel auf der CPU und dann schickst du das an die GPU oder du berechnest die Matrix auf den CPU und schickst die ganze Matrix an die an die GPU, aber du musst die Projektionsmatrix ohnehin an die GPU übertragen, insofern kann es sinnvoll sein, die Transformationsmatrix auf der CPU zu berechnen, aber das hängt davon ab, was genau du in deiner Szene machst. Any more questions? Mehr Fragen? Wow, that's rare, such a It's late. Das ist selten, dass so wenig kommt. Es ist spät, keine Fragen mehr übrig, ein guter Vortrag. Noch einmal Applaus für Volker und danke für den Talk.